Ja, ist ein Plan, würde ich sagen. So machen wir das. Wo wollen wir hin? Ah, okay. Ja, komplett verschiedene Setup. Wir machen einfach, jeder macht seine Seite, wir rushen durch und treffen uns vorne in der Mitte bei der Base der Gegner. Okay. Pogo, du fährst in die City, ne? Ich fahr in die City, mir ist die Freifläche, wo ich sonst hingehen würde, mit den ganzen Artists hier viel zu gefährlich und meiner langsamen Kiste. Mir persönlich auch, aber ich habe wohl keine andere Wahl, als jetzt auf die Einsatze an der Kasse zu gehen. Ey, du kannst noch mit in die nächste City mit ihm fahren, das könntest du ja wirklich. Heavy Spot, zusammen. Okay, fahr ich mit. Weil sonst wäre ich einer Zweierlinie gerne hingefahren, aber bei den vielen Artists, die in die 95er sehen, das ist Fokusfeuer. Ja, die kloppen mich kaputt, das ist, ja. Definitiv. Also ich würde es zumindest genauso als Artistspieler machen. Also ich würde es nur machen, wenn ich Bogle Cut lesen würde im Gegner-Team. Auch das, ja. Das ist natürlich der Doppeleffekt. Dann würde ich mich sogar zusammenhauen, wenn ich mit einem Leut-Traktor unterwegs bin, ne? Oh yeah. Ist das dann der sogenannte Doppeleffekt, oder ist das wieder was anderes? Weil ich... Äh, lassen wir auch die Chaos-Theorie weg. Okay. Wobei, die 1er, 2er, 3er-Gefechte sind wirklich wie so Chaos-Theorie, oder? Absolut. Oh, schönes Objekt. Hat sie da mal rausgenommen, das Ding? Da ist ja... Habt ihr einiges bei euch? Mhm. Wird's nicht langweilig? Oh, schön. Die Artists gefallen mir hier in dem Spiel. Ja, die arbeiten ordentlich mit. Okay, die fangen jetzt hier an zu drücken in der City. Das können sie gerne. Jetzt bin ich in Feuerstellung. Kann am Hafen die Wasserseite überwachen. Oh, ist das schön romantisch bei dir. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. 75. Ja, müsste gleich raus sein. Bereit zu feuern. Gut, er ist gekettet. Ja, lass uns hier weiter Druck aufbauen. Ich sehe sie nicht mehr. Endlich kann ich auch mal Lade nachmachen. Oh, Waffenträger. Komm schon. Okay, E100 ist down. Ja, war klar, hier kommt noch ein E4. Und ich habe natürlich einen kaputten Motor. Ja, ich nehme ihn. Ja, ich kreiche und hau ab. Nee, ich streiche das lieber. Und, ähm, klassisch. Ja, gut. Mehr als Ketten und Damage machen gegen Grad nicht. Macht doch noch mal den Waffenträger auf. T49, bitte. Oh, da drüben ist er jetzt schon hin. Also eine Art muss irgendwo bei Alpha 7 oder 8 stehen. Sonst hätte sie mich nicht treffen können. Da ist er. Genau, die war das. Ich schaue mal, ob ich da vorne, da ja genau. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Der ging voll durch ihre Panzer... Nein! Ich dachte mir, ich brauche nicht reparieren. Diese Faszination Geschwindigkeit beim T95, da muss man erst mal sagen, wow. Das ist durchaus entspannend, das ist durchaus, ja, meditativ fast schon. Aber wer sich mit der Kiste anfreundet, die ist eigentlich Hammer. Ja, das Ding ist schon, das glaube ich auf jeden Fall. Aber es ist halt einfach so unglaublich langsam. In manchen Gefechten rennt es dem ganzen Gefecht hinterher und bist frustriert. Und in anderen Gefechten preisen sie nur ab und aussehen. Dafür immer eine. Ein Panzer, nicht für jedermann, aber für manch einen doch wirklich top Gerät. Ein Panzer, nicht für die Kiste. Untertitelung des ZDF, 2020